Hey Leute, willkommen wieder zu einer neuen Runde von meinen bestimmten Klassen, die ich diesmal wieder ausgewählt habe. Und ich habe eine LP-Klasse erstellt und diesmal spiele ich mit der Auto-Sniper. Da habe ich noch ein schönes Laser-Wiesel draufgeknallt, damit wir auch hier 100% jeden töten können. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe etwas vergessen. Schnell zielen. Das habe ich vergessen. Guck mal, hier ist ein bisschen langsamer. Aber natürlich habe ich auch einen Laser-Markierer drauf. Das erschwert mir das. Ach, ich kann nicht reden. Das erleichtert mir das, genau. Oh, das hat geruckelt. Komisch, komisch. Naja, hoffen ist man nicht. Aber ich habe mir auch einen Kill bekommen von da aus. Bin ich ganz glücklich. Ah ja. Der braucht Aufmerksamkeit. Boah, der hat ja übel Skill da hinten. Deswegen werde ich ihn mir jetzt auch mal schnappen. Okay. Und zwar mit der B23R, die ich jederzeit im Gepäck habe. Oh. Das ist so ein Bobby da oben. Das hat er davon. Wenn er nur am Campen ist, kriegt er mal eine schöne Pistolen-Munition. Oh. Wo ist der? Das gibt es doch nicht von hinten. Nein, warum kann man die nicht treffen? Das ist normal. Oh, jetzt gehen wir aus dem Weg. Alter. Geht doch. Warum konnte ich den nicht die ganze Zeit treffen? Wo ist denn der andere hier? Da ist er. Hä? Bin ich blind? Oh, weggesackt. Okay. Das glaube ich jetzt nicht. Was habe ich hier wieder für Leute im Team? Das gibt's doch nicht. Ist doch einer. Wo ist denn der hier? Ob der seine Foren hat? Oh ne, die liegen draußen. Haha. Ist ja schlecht. Da hinten, ich hab was gesehen. Die sind ja alle nur am Campen. Ja, geht doch. Mach ihn fertig. Ja, meine Klassen, wie man sieht, sind nicht die geilsten. Deswegen habe ich auch nicht so eine geile Quote. Das ist ein Reck. Oh. So, da habe ich auch mal gesprayt. Mit der Autosniper? Joa. Ich bin der Beste aus dem Team mit einer 1,3 KD. Oh ne, das ist ja so ein Vogel. Ne, 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 ne. Mit dem lege ich mich nicht an. Oh, scheiße. Ich werde erwischt. Ich will nicht erwischt werden. Kann nicht mal einer das Viech da abschießen. Das geht einem richtig auf den Nerv. Da hinten war nur einer. Oh fuck. Ob ich den ja nicht sehe. Was der auch träumt. Haha. Ich mach die alle fertig hier. Ich mach sie alle fertig. Die feindliche Hand, der Taylor-Drohne unterwegs. Ja, wie hat der mich denn gesehen? Das will ich jetzt aber auch mal sehen. Au, was habe ich denn für ein Team, bitteschön. Das gibt's nicht. Guckt euch mal mein Team an. Wir sind alle unter 1. So was schlechtes habe ich noch nie gesehen. Also ich bin jetzt ja auch nicht besonders gut Aber so wie es ausgelegt ist Bei meinem Team Neues Fadenkreuz Aha Ja jetzt können wir wieder ein paar Minütchen warten Bis überhaupt mal die nächste Runde weiter geht Denn ich wäre mal für Zufall Ja Und jetzt kann ich das auch mal eben rein machen Mit schnell zielen Ähm wo war das denn War das nicht hier Ne Gibt es hier nicht sowas Schnell zielen oder so Schnell Waffenwechsel Das ist es auch nicht da Schnelleres zielen nach einem Sprint Nach einem Sprint aber nur Ne Das könnte ich aber gebrauchen Dann muss ich hier was doch weg machen Ach komm Wo verbrauche ich denn das So Jetzt kann ich mir noch ein anderes Anderes extra reinpacken Dann mache ich noch Das rein Als Sniper müssen wir natürlich unerkannt bleiben Und wir sind direkt im Geschehen drin Wait Ah habe ich hier sonst lange nicht mehr gehabt So Natürlich wäre ja Reflexvisier auch geil Aber es gibt es leider nicht für Sniper Denn sonst hätte ich natürlich das genommen Ich finde die Tarnung sieht geil aus Auf der Waffe Gar nicht mehr so schlecht Diesmal pische ich mich von hier aus an Okay hier ist keiner Oh dafür bin ich so elend langsam Hätte geschossen Da oben ist keiner Warum ist der tot Ja ich darf nicht so oft auf die Karte gucken Sehe ich gerade Ruhig Oh der lädt aber schnell nach Das habe ich auch noch drin Oder habe ich das rausgetan Ich weiß es nicht Ah ja das habe ich noch drin Sonst tut er jetzt nicht so schnell nach Habe ich der gerade angesehen Oh Ui Habe ich noch mal Glück gehabt So da hinten Ist keiner Gucken wir mal hier um die Ecke Verschickt sich auch keiner Geht es doch nicht Oh Hellstorm Warum Ich bin übel schlecht gerade Nächstes Mal nehme ich eine bessere Klasse Wo ich auch gut mit spielen kann Ja genau Ich schütze gleich hier mit Aber sonst passt es ja nichts in meinem LP Und das will ich ja nicht So weg mit dem Natürlich werde ich jetzt wieder getötet Oh ich habe so viel Glück In dieser Szene aber nur Ich laufe immer die gleiche Runde Was macht er denn hier Du musst spielen Junge Oh Natürlich Oh Ich hasse es Was macht der denn hier Okay Ich sage nichts dazu Nichts Denn es ist einfach nur scheiße Nächstes Mal mache ich einfach mal ein B23 Klasse Kann ich garantiert damit spielen Ja ich wurde natürlich getroffen Verreckt Oh Noch angerötet Jetzt nicht mehr Wir verlieren Voll So weg mit dem Und Keiner da Wo ist denn der andere Okay Ich muss erstmal mit der Waffe hier spielen Denn ich habe keine Muni Haha Fertig machen Guck mal Der Waffe mache ich Die übelst geile Quote Weil ich muss ja Autosniper spielen Hedgehoot Tarnheili Sauber Jetzt gehe ich hier mal ab Okay Wie haben wir denn hier Keinen Auch gut Oh da tübt einer rum Sehe ich im Shit Nicht prickeln Boah Ich habe doch gerade erlebt Oh schnell weg hier Boah Gnadenlos Danke Danke Das ist meine geile Gnadenlos Medaille Und dann Wurde ich von so einem Kack C4 Typen getötet Okay Mit der Pistole war ich jetzt Ein bisschen schneller Deswegen habe ich die jetzt Gerade ausgewählt Mnohr K40 Mama Pst 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 Gibt's nicht Komm Ja Nee 1,8 1,8 Gerle Uiuiuiui ADPT Ja So viel zu den Autosnipern Eigentlich Na ich kündige jetzt schon mal Die nächste Klasse an Das wird wahrscheinlich Die B23R sein Oh MSMC habe ich auch mal freigeschaltet Nice Gnadenlos Habe ich eigentlich richtig selten Die Medaille Ich kann mal kurz gucken Ist die bei Kaserne Kampfhistorien Kampfhistorien Medaillen Oh 22 Grad mal Ist nicht viel Naja Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Folge Die Folge war ein bisschen kürzer Tut mir leid Drei Minuten Als Mein Limit Aber Ich habe genug gezeigt Wir sehen uns in der nächsten Folge Haut rein Ciao Bis zum nächsten Mal